Eine Frage aus den Kommentaren zum letzten Video hat mir gezeigt, dass ich noch etwas nachholen muss, da ich glaube, dass die Antwort auch noch andere interessieren wird. Einen Begriff habe ich in verschiedenen Videos benutzt, aber bisher noch nicht wirklich erklärt. Es geht um die Impedanz. Hallo und wieder einmal herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Ich könnte es mir einfach machen und die Frage in einem Satz beantworten. Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand. Ein paar mehr Worte sollte man dazu aber verlieren. Was unterscheidet die Impedanz vom Gleichstromwiderstand und wie kann man sie ermitteln? Wer das noch nicht getan hat, sollte sich als Vorbereitung vielleicht nochmal die Videos zu Spule und Kondensator ansehen. Zur Unterscheidung bezeichnet man den Wechselstromwiderstand nicht mit R, sondern mit Z. Die Maßeinheit ist die gleiche, nämlich Ohm. Beginnen wir mit dem einfachsten Fall, ein rein ohmscher Widerstand. In der Realität gibt es sowas nicht, denn jedes Bauelement, ja sogar ein einfacher Draht, hat von allem etwas. Einen ohmschen Widerstand, eine Kapazität und eine Induktivität. Wir nehmen jetzt trotzdem mal den Idealfall an. Der ohmsche Widerstand verhält sich bei Gleich- und Wechselspannung genau gleich. In dem Fall ist Z gleich R. Beim Kondensator ist der Gleichstromwiderstand unendlich groß und es fließt kein Strom. Legt man eine Wechselspannung an, fließt ein ständiger Lade- und Entladestrom, was bedeutet, dass der Widerstand kleiner ist. Und der nimmt mit der Frequenz der Wechselspannung ab. Bei der Spule ist es umgekehrt. Bei einer realen Spule hat der Draht natürlich auch einen ohmschen Widerstand. Den kann man sich in Reihe geschaltet zum Blindwiderstand vorstellen. Der Gesamtwiderstand ist die Summe der beiden Widerstände. Er setzt sich zusammen aus dem konstanten Wert R und dem frequenzabhängigen Teil XL. Das bedeutet, auch die Gesamtimpedanz ist frequenzabhängig. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Die Spule hat eine Induktivität von 5 mH, der ohmsche Widerstand ist 5 Ohm. Wie groß ist die Impedanz bei einem Kilohertz? Der Blindwiderstand bei der Frequenz ist 31,4 Ohm. Ist die Impedanz jetzt 36,4 Ohm? Nein. Wir haben vergessen, dass bei einer Induktivität Strom und Spannung nicht synchron laufen. Wir müssen die Widerstände grafisch addieren, nicht arithmetisch. Dazu zeichnen wir uns wieder mal ein Zeiger- oder Vektordiagramm. Ein Vektor ist nichts weiter als ein Pfeil mit einer bestimmten Länge und einer Richtung. Mit der Länge wird die Größe eines Wertes angegeben. Das soll die Spannung über dem ohmschen Widerstand sein. Der Strompfeil zeigt in die gleiche Richtung, denn beide laufen synchron. Der Strom durch den Blindwiderstand ist bei einer Reihenschaltung der gleiche. Allerdings eilt ihm die Spannung um 90 Grad voraus. Die Spannungspfeile stehen senkrecht aufeinander. Das gleiche trifft dann auch auf die Widerstände zu. Die Summe zweier Vektoren bekommt man, wenn man den Anfang des ersten Pfeils mit dem Ende des zweiten Pfeils verbindet. Um die Länge auszurechnen reicht der gute alte Satz des Pythagoras, denn wir haben ein rechtwinkliges Dreieck. Wenn wir jetzt unsere Werte einsetzen, kommen wir auf eine Impedanz von 31,8 Ohm. Mit der Frequenz wird XL größer und auch die resultierende Phasenverschiebung der Reihenschaltung steigt. Bei einem kapazitiven Blindwiderstand ist die Rechnung ähnlich. Nur hinkt jetzt die Spannung dem Strom 90 Grad hinterher. Xc wird mit steigender Frequenz kleiner und damit auch der Phasenwinkel Phi. Normalerweise bekommen wir es mit allen drei Widerstandsarten zu tun. Dabei müssen wir dann die beiden Blindanteile voneinander subtrahieren, da die Pfeile entgegengesetzt ausgerichtet sind. Es wird nur die Differenz wirksam. Im Wechselstromkreis müssen wir also eigentlich immer von der Impedanz reden, wenn wir den Widerstand meinen. Die Lautsprecherbox hat laut Datenblatt eine Impedanz von 4 Ohm. Jetzt müsste die Frage kommen, wie kann man eine Impedanz angeben, wenn die doch frequenzabhängig ist. In der Tontechnik führt man meist Messungen mit einem Prüfton von einem Kilohertz aus. Das ist so eine Art magische Frequenz. Auch der Ton beim Testbild früher im Fernsehen hatte 1 Kilohertz. Die Box hat also eine Impedanz von 4 Ohm bei 1000 Hertz. Wie ändert die sich jetzt mit der Frequenz? Nach unserer Berechnung vorhin müsste sie sich linear mit der Frequenz ändern. Der Impedanzverlauf bei dieser 8 Ohm Box sieht aber ganz anders aus. Das liegt daran, dass in so eine Box verschiedene Lautsprecher eingebaut sind mit vorgeschalteten Frequenzweichen. Und die bestehen im Prinzip aus Schwingkreisen. Die Kennlinie eines Schwingkreises ist alles andere als linear. Es gibt eine ausgeprägte Resonanzfrequenz und die Kombination verschiedener Schwingkreise ergibt dann diesen unruhigen Verlauf der Impedanz mit der Frequenz. So, ich hoffe, dass ich etwas zur Aufklärung beitragen konnte. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Video, auf das ich immer verweisen kann, wenn es wieder Fragen dazu gibt. Am Schluss noch der Hinweis auf die üblichen Aktionen. Abonnieren, liken, kommentieren und teilen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.